Ach cool, da landst du auf dem Friedhof und gut ist... Ich möchte in den Himmel... Das ist auch ein bisschen frustrierend, ne? Dass man in WoW nie in den Himmel kann, egal wie gut man ist. Warum? Immer wieder Response, Kolder. Immer wieder in dieser Welt. Immer und immer wieder. Das ist das Gute, dass sie immer erweitert wird, sonst wäre es echt Kacke. Wo ich mich auch frage... Wie läuft denn das eigentlich so, ne? Wenn du jetzt wirklich in der WoW wärst, oder? So als Männer, du wärst wie WoW. Respawnt man da die ganze Zeit? Ist doch irgendwie Kacke. Warum ist das Kacke? Guck mal. Da regt ich irgendwie so ein Typ auf. Du bringst Nobuk Spawn da. Wieder. Das ist richtig, das Kacke. So, wie funktioniert dieses Quest hier? Ja, was kann man da machen? Ich weiß nicht. Vielleicht irgendwie so wie bei... Welchem Spiel war das? Naja. Irgendwie, dass man so... So einen magischen Stein hat. Den man von diesen Personen erst haben muss. Oder irgendwie so... Bestimmt ein Gegenstand braucht, damit der Skate in so einen magischen Ring. Und dann muss den noch einer zu so einem Geisteiler bringen. Wobei das Skate-Time ist. Ja, da war's schon echt... Bisschen sehr tricky, wenn man gestorben ist. Wie will man Flüche kriegt denn da? Am Anfang des Spiels... Es ist unschaffbar so was wieder zu fixen. Oder ich hab das Quest noch nicht ganz verstanden. Ich auch nicht. Kristall-Iode. Und Wasser-Gras-Wede. Die sind bestimmt im Wasser. Dein Name. Wasser-Gras-Wede. Das ist gut, Kohler. Mit Quest und mit dir ist es immer so einfach. Quest immer. Ich hab was gebissen. Ah, das sind sie. Oh, toll. Nessi. Nicht schon wieder. Ich sag ja, dass hier schon plant. So, wie? Wo ist jetzt der Rest hier? Kann ich wohl dieses Kristall-Ding bei herkriegen. Äh. Ach. Tiger-Lide, ja. Nee. Oh, ein Dunstblatt ist am Ufer. Jetzt ist Quest bei mir weg. Hä? Ist nicht mehr hier in der Auge irgendwie. Kann das sein, dass... Nee. Ich sag dir was. Das letzte Ding, ne? Nee. Warte mal. Muss man das vielleicht kaufen? Ja. Ah, falsches Mond. Ich kenn doch einer in der Nähe von Stone. Hast du da schon viele Flieger mal angekommen? Guck mal, wo ist denn hier so ein Mann? Wie geht's denn hier? Ja. Oh. Jetzt müssen wir mal fünf kaufen. Fast nicht. Na, da müssen wir auch nicht groß Trade machen. Das tut uns nicht weh. Uns Arm teuren. Teuren. Rrrrron. So. So, you guys. Jetzt müssen wir mal wieder runter. So, was gibt's hier? Endlich ein Helm, der bessere Stats hat, aber immer noch... Oh, hier ist noch ein Kurs. Oh. Noch genauso Kack aussehen. Battlegrounds, lass uns wünschen, übrigens. Oh, wir sind gerade eine Sekunde beim Check, eine Sekunde über die Durchschnittszeit gebissen. Was ist denn jetzt hier? Wo ist ich mit der Mumie sprechen? Ach, das ist ja auch wieder hier. Mein Gott. Wo ist die Mumie? Bei dem Questgeber. Scheiße, was macht der hier? Mein Gott, Kölzer. Sie haben Waffen der Massenverbrennung. Wird man jetzt die Mumie verbrennen? Ja. Oh mein Gott, ey. Ich habe ein schon hübsches Feuerchen. Oh komm, gib mir das Quest. Geisch. Oh mein Gott. Du, 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 du. Hast du mein Pad gesehen? P.D. P.D. Oh. Oh mein Gott. Hauschtiere. Okay, here we go. Oh, jetzt ist ja noch ein Hausgefest. Oh. Oh. Oh, alter, oder? Oh, nice. Oh. 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 Ja, das ist gut. Auch alle immer mit ihrem dummen Elefanten. Ist das eigentlich ein richtiges Pet? Schein so. Ist aber ein bisschen groß dafür. Haben die vielleicht das einfach sich von einem Quest geholt und das Quest nicht abgegeben? Kann da auch sein. Und es wird auf ewig verweist bleiben. Ja, tun Waisenkinder auch die Waisen. Acht. 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 Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Allianz. Du. Duh. Duh. Ja. Duh. Mh. Boah, ich mag es nicht, wenn so ein Vorge da sein Mount Speed macht. Bäh. Ist so unästhetisch. Ungewöhnlich. Das stimmt. Ich finde, wenn sie es nicht so schnell machen, sieht es noch ganz okay aus. Ja. Da ist so, ich sag mal, so Wormkrieger und so, ist noch okay auch. Aber so Magic-Stuffs steht denen einfach nicht. Ja. Da wird ich vermissen ja gar nicht mehr. Macht ja Gewohnheit. Coja Macht wärs nur, wenn wir Widerstand geleistet hätten. Boah. 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 Top 4 DPS bin ich hier, ja, nice, 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 endlich mal beim Meister. Gute Fall. Schnappen wir uns den hinteren Tower, würd ich sagen. Diesen hier? Dem, nee, dem weiter город im Hortler gebiet, da ist eine Turmstellung. Wie oft wir das gemacht haben mit, ähm, Woke, Hexen-Meister. Zapp, Zapp, Massen 4, Massen 4 Zapp, Zapp, Massen 4 Fast nur mit Alterac gelovelt Ja Und es hat funktioniert Wir haben ja die Sixen Achievements und so abgegrast Im Prinzip können wir jetzt auch mal Die ganze Zeit Alteracs machen Schauen wir mal Turm gesäubert Wir haben sogar die ultimative Einheit fast aufs Feld geholt Das stimmt Wir hätten die ganzen Sachen schon zusammen Ja und verdammt viel Blut Und dann hat niemand mitgeholfen zu beschwören Da braucht man 10 Leute für Die meisten Leute wissen gar nicht mehr Dass die Dinger überhaupt noch funktionieren Wenn man Rüstungsteile sammelt Dann kann man die Einheiten verbessern Die aufs Feld kommen Die normalen Das geht glaube ich 3 mal Und Wo bist du hier? Turmstellung ganz oben Oh, ich bin hier mitten Ich glaube hier rein Da bei Turmstellen Warum sind die Leute hier Bagi Warum sind sie nicht Sie gut immer um die Führungsaust Unsere Jungs halten da oben alles Wir haben ja so eine Patrouille von NPCs kaputt gemacht Warum die hier lang kamen Weiß nicht Wir brauchen die Dinger auch noch 3 Minuten Oh mein Gott Am ersten Anzeigen von Ärger Habe ich noch einen Unsichtbarkeitstrang Wir brauchen die Dinger 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 Wir brauchen die Dinger